Hi ihr Lieben, heute erkläre ich euch ganz schnell und einfach, wie ihr den Event-Wächter-Raid macht, was ihr dafür bekommt und warum sich das lohnt. Viel Spaß! Wie schon in einem vorherigen Video erwähnt, findet ihr diese Wächter-Statuen in der Stadt neben den normalen Raid-Statuen. Wenn ihr diese anspricht, dann werdet ihr eingeladen zum Wächter-Raid. Das könnt ihr einmal täglich machen, um Belohnungen zu holen. Ihr könnt aber auch mit Freunden rennen, ohne Belohnungen zu bekommen, wenn ihr es schon gemacht habt. Was hier passiert ist, dass ihr allen drei Raid-Bossen gleichzeitig begegnet, sowohl Nacrasena als auch Vertus, als auch Helgaia. Wichtig hierbei ist, fokussiert euch immer auf Nacrasena, denn jedes Mal, wenn ihr ihn kontert oder eben hinlegt, zum Taumeln bringt, dann könnt ihr an seiner Schwanzspitze mittels Fähigkeiten, die einen Teilbruchwert drauf haben, auf die Schwanzspitze hauen und dann seht ihr das Wort Zerstörung im Bild. Das bedeutet, dass ihr Teilbruchschaden verursacht habt. Ziel ist es, die Schwanzspitze abzubrechen. Sobald ihr das getan habt, bekommt ihr einen Buff. Dieser Buff kann bis zu dreimal stacken und sorgt für ordentlich Damage, Regeneration und andere Werte. Je häufiger ihr den Buff stackt, desto mehr Schaden verursacht ihr und am Ende des Tages könnt ihr alle drei Bosse ganz leicht legen. Aus dem Raid bekommt ihr dann die Marke der Winterillusion, die ihr gegenüber von der Raid-Statue beim Mio, dem Händler, dafür eintauschen könnt, gegen tolle Belohnungen. Das war's auch schon und jetzt haut rein!